Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gleis 2, Einfahrt S2 nach Pirna über Heidelau Süd, Abfahrt 12.55 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Gleis 1, Einfahrt S2 nach Dresden, Flughafen über Dresden Hauptbahnhof, Abfahrt 13.01 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 1, Einfahrt S2 nach Dresden, Flughafen über Dresden, Flughafen über Dresden, Flughafen über Dresden, Flughafen über Dresden. Gleis 1, Einfahrt Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.